Ja, das ist schon wunderbar hier, seit zweieinhalb Stunden, haben wir hier sehen. Ich freue mich sehr. Es sind ein bisschen Redenfreude, aber ich habe ja versorgen, wie es ist, ich konnte schon wenigstens sehen, aber das beginnt ja früher. Ich freue mich, dass der Kondrektor in der Jahrzehnte Weißenburg gleich, der Herr Kreisel, der ist von Felix, die Kammer, der jetzt noch etwas anderes Jahr zu Ende macht und hoffentlich auch nächstes Jahr Weißenburg bleiben kann.